Halleluja mein Sohn. Sechs Stunden Schlaf ist genau mein Ding. Einfach nur bangarang. So, dann langsam. Jawohl. Erster Gang. Die Sache los. So, Freunde der guten Tanzmusik. Erstmal hier locker machen. So, was sagt denn der Wecker hier? Pass auf. 18 Uhr. So, den letzten Fahrschüler hier rausgelassen. Und dann, einmal kurz Luft holen. Jetzt mach ich mich auf den Weg, direkt wieder in die Fahrschule. Achso, die drei Fahrschüler von heute Morgen, die haben natürlich bestanden. Fotos seht ihr hier. Die haben es genau so gemacht, wie ich gestern in der Folge gesagt habe. Cool bleiben, wenn man mal einen Fehler macht. Und die haben ein, zwei Fehler gemacht. Warte mal, vielleicht überlege ich, vielleicht fällt mir einer ein. Was haben die denn? Der eine ist beim Parken zum Beispiel nervös geworden. Da fängt der Fuß so ein bisschen an zu flattern und dann ist man sich nicht mehr sicher, soll ich da rechts oder links oder so. Ja, aber der ist cool geblieben und hat sich daran erinnert, was ich gesagt habe. Nämlich, es zählen die 45 Minuten, nicht nur zwei oder drei. Dann ist das Ganze gut ausgegangen. Dann haben wir alle drei bestanden. Treffe mich jetzt gleich noch mit Dalli, heißt der. Dalli Gaming. Ich hoffe, ich sag das richtig. Und ich bin ja noch hier, wie heißt das, so ein Rookie, Newbie, so ein Anfänger, ja. Und weil der hat schon sau viele Abonnenten und ja, ich quatsch einfach mal mit dem, wie er das so gemacht hat, was er so gemacht hat und so weiter. Ein anstrengender Tag. Ist ja schon heute Morgen oben, keine Ahnung, um 37 losgegangen. Also habe ich schon den ersten Faschel abgeholt. Sechs Stunden Schlaf ist halt nicht so mein Ding. Aber ist halt so. Ja, ziehen wir weiter durch. Dann gibt es gleich schon die nächste Folge. Ja, yes, ja, dranbleiben! So, Rucksack ist eingepackt. Jetzt nur noch eine Runde mit dem Teslan hier. Hallo, hallo. Na, 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 na. Ah, na, 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 na. Haben wir überhaupt noch Akku? Ah, das klappt. So. P, Fahrzeug ist aus, Fahrzeug ist an. Weiter geht's, weiter geht's, immer weiter geht's. Innen. Haaaa, hallo. Ey Alexa. Erzähl einen Witz! dann halt nicht ab ins büro jetzt erst mal kaffee drücken was macht die ohrenentzündung vor sie war nämlich gerade beim arzt und frotzi war ganz tapfer frotzi warst du tapfer ganz tapfer frotzi möchtest du ein käsebrötchen ich glaube ein käsebrötchen hat ja komm ich nehme mal ein käsebrötchen auch so geht das märchen vom lieben rottweiler glücklich zu ende und wenn sie nicht gestorben sind dann frisst er sie noch heute kann ich das kann ich dir kann ich dich vorstellen kann ich sagen da lege er zeigt mir das wie das mir mit den thumbnails geht das geht total geil guck mal hier pass jetzt ja wo das sieht viel geiler aus größe anpassen das ist halt so ein bisschen okay das sieht schon viel geiler aus ja also ihr seht wenn man weiß wie es geht dann ist es immer ein bisschen geiler ja wir popeln hier jetzt noch ein bisschen rum also ich zeige euch gleich noch mal zwei drei ergebnisse richtig richtig gut richtig gut mehr dünke das orange nehmen ja das sieht ja schon ganz geil aus das ist ja schon hier wenn wir das hier noch weg machen das sieht nämlich ich lass jetzt hier so drauf was sagst du einfach hier in der küche so wir machen jetzt gleich hier feierabend es ist ja auch schon gleich kurz vor zwölf zwölf viele vor zehn vor wie spiel ist das 23 uhr 41 41 seht ihr so jetzt noch eben das video hier zu ende schneiden damit das auch morgen online geht und dann und dann und dann wir sehen dir ein neues video genau so ciao mitv weiter abonnieren ciao Ciao.